Walabah Bullys! Meine Wolfe! Wir spielen submerged weiter und eigentlich würde ich gerade gar nicht mehr aufnehmen... Aber irgendwie fesselt das Spiel. Das ist kein scherz. Das macht richtig fun gerade. Ich weiß echt nicht, wo wir gehen müssen und augenscheinlich ist hier irgendetwas... Ey, scheiße, wir können echt auf den Turm. Na gut, dann weißt du was, wir gehen heute mal auf den Turm und gucken uns erstmal um, wo wir Essen finden. Und ich habe mal ein bisschen was im Netz gelesen, damit ihr nicht denkt, oh, das wird immer so sein. Ganz augenscheinlich und ich verrate nicht, was und wie und wo und wann, denn ich habe auch nicht gelesen, wann. Aber dieses Spiel zieht wohl noch an. Es war gehörig, es gibt wohl zwei mögliche Versionen, dass das überhaupt passiert und dass das nicht passiert. Also, hier würde ich irgendwas falsch machen. Ich habe nicht gelesen, wie wir es triggern, ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Da geht das hier richtig ab. Da geht hier richtig die Luzi. Dann haben wir hier mal richtig Action. Dann kann es doch unter Wasser gezogen werden und jeden Scheiß. Auf jeden Fall, die andere Version ist einfach gechilltes Rumgeklettern, nichts passiert. Und es ist nicht gesagt, dass man eine von beiden zwangsläufig haben muss. Also, wir werden mal sehen, was passiert. Vielleicht hat der Typ auch nur Quatsch geschrieben. Ist doch auch okay. Selbst dann wäre es witzig. Das ist bizar. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Blumen sind rausgerissen? Oder? Jo, es wäre mal schön, jetzt zu wissen, wo wir hin müssen. Prinzessin Lillifee hier. Ich glaube, das Dach mit den ganzen... Wer macht denn hier den Sound? Nein, nein, stopp! Da macht's... Ah, 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 da ist was, da ist was. Jawohl, ja. Vielleicht gibt es etwas, was ich kann es verbrauchen. Liebe Entwickler, wenn ihr ein Spiel macht, das freut uns Spieler sehr, aber dann bitte, nehmt euch die Zeit und schreibt zum Beispiel mal in einem Forum oder in einer Community jemanden an, der beispielsweise auch eure Sprache spricht, denn ihr Leute aus Amerika oder England, ihr habt meistens das scheiß Problem, ihr könnt kein Deutsch, aber wir können euer Englisch. Also ihr schreibt uns einfach mal an und dann übersetzen wir euch das korrekt. Da kommt auch nicht so ein Kackshit raus, wie der Scheiß, den ich hier gerade verzapft habe. Was ich kann, ist verbrauchen. So redet jemand, der gerade aus Polen migriert. Nein, ich hab nichts gegen Polen. Ich mag Polen. Ich find' die lustig. Viele Freunde davon. Aber trotzdem, ich kenn' immer die Sprache. Okay, das ist mir gerade zu doof. Was macht ihr diesen Scheiß-Sound? Du vielleicht? Ey, du bist doch dieser Golem-Typ, oder nicht? Von deinem Cover. Das Komische ist, seitdem ich da oben bin, kam dieser Sound. Ja, super. Wir lassen Taku schlafen, wo unten so ein Golem ist. Ne, wo oben so ein väter Golem wacht. Ich weiß nicht, ob das unter Fürsorglichkeit zählt, aber... Ist okay. Jot, Kreaturen. Oh, und für nur noch zwei Kreaturen, die wir nicht entdeckt haben. Cool, ein Monument. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Speed is key! Pdangs! Bang! Bang! Okay, Plan hat funktioniert. Wollen wir testen, was passiert mit Vollspeed gegen Auscrashen. Habe ich der Wal hier gerade nass gemacht? Ein Pötchen! Noch irgendwas? Irgendwas nützliches? Wir können nicht jedes Mal auf diesen Scheiß tun. Gib Speed! Erstmal fahren wir zu diesem Boot. War das nicht hier? Doch, da ist es doch. Oh, was können wir jetzt tun? Damit fährt mein Boot länger schnell. Also ist das jetzt immer dasselbe oder was? Stopp! Stopp! Willst mich doch jetzt natzen. Stopp! Oh, zur Karte hinzugefügt. Gut. Noch ein Bötchen-Teil. Das können wir uns auch noch holen. Was wir alles können, ist doch unglaublich. Noch ein Bötchen. Wenn wir schon beim Können sind. Ihr könnt mich unterstützen. Könnt in meine Videobeschreibung gehen. Könnt mir eine Spende da lassen, wenn ihr wollt. Ja, mache ich jetzt jedes Mal am Anfang der Folge. Weil es klappt. Weil es funktioniert. Eure Spenden gehen dann in Kickstarter-Projekte, die ihr selber auswählt. Oder eure Spenden gehen dann an Hilfsprojekte, die wir auch zusammen auswählen. Weil ich möchte auch noch mitreden. Es gibt ein schönes Video. Ich schlage die Tendenzen vor, wo ich hin spenden möchte. Und dann spenden wir da hin. Oder ihr schlagt was vor und wir stimmen ab. Fakt ist, wir machen das demokratisch. Ich entscheide, ihr dürft gucken. Demokratie. Wie kommen wir da hin? Ah, von oben. Okay. Komm, Leila. Den Namen habe ich dir gerade gegeben. Gefällt der dir? Mach mal schneller. Geht's hier weiter? Nö. Doch. Sorry. Das ist dick da. Hier so weggesagt hat er jetzt nicht weiter hier. Tut mir jetzt leid. Da war schon wieder so ein Hans-Koppels. Homo-Fürste, ey. Und wir erst das Buch. Können wir machen, oder? Also sobald wir das andere holen, kommen wir automatisch ins Bötchen. Das hier scheint sehr schnell zu gehen. Also runter geht immer schneller als hoch, nicht? Liebe Kinder, wenn ihr gerade zum ersten Mal in meinem Kanal einschaut. Also erstens, verpisst euch. Ich kann euch eh nicht leiden. Zweitens. Wenn ihr irgendwo runterspringt, dann klatscht ihr ziemlich hart auf. Das ist schnell. Wenn ihr irgendwo hochklettert, dann braucht ihr ziemlich lange Menschen ertrinken. Glaube ich. Danke, wir kommen jetzt langsam in der düsteren Partei-Geschichte. Also liebe Kinder, das ist Physik. Reicht? Hoch langsam oder schnell. Bei Masse und so. Aber ist ja auch egal. Da kommt ihr doch früh genug zu. Und jetzt. Bevor ich euch unfreundlich vor meinem Kanal schmeiße. Habt einen schönen Tag. Und jetzt verpisst euch. Dankeschön. So, weiter im Text. Wo die Flachsköbby hier weg sind. Hoch geht es. Oder auch nicht. Dann eben hier. Hoch geht es. Das lief jetzt zu gut. Da ist Ziel. Also gucken wir einmal hier nach. Und dann sind wir zum ersten Mal pünktlich in der Zäune. Ist das nicht klasse? Ah, guck mal. Und der Karte. Jetzt kannst du dich entscheiden, ne? Jetzt haben wir aber einiges gekriegt hier. Jetzt haben wir aber richtig einiges hier eingesetzt. Gucken wir einmal noch durchs Gras durch. Und mir geht es auch nicht um was zu sehen. Mir geht es darum, um was zu markieren. Und ich hoffe einfach, sie würde es sehen. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen heute mal wieder, ne? Wir gucken jetzt noch, was wir kriegen. Dann kommt noch die Endgeschichte zum Schloss, wie immer. Damit ihr Kinders auch gut einschlafen könnt. Und by the way, was macht ihr immer noch auf meinem Kanal, ihr Saftsäcke? So, und jetzt, Kinders. Gucken wir mal hin. Wir haben Handschuhe. Oh, wir haben Handschuhe. Äh, Essen? Ich denke, oder? So, Essen. Bestimmt Essen. Schönes Bild. Jetzt sind schon drei. Hör mal. Wenn ihr euch auch nur ansatzweise in Takus' Nähe traut, ne? Dann gebt das hier nicht nur verbal ins Gesicht. Du, wenn das jetzt jedes Mal der Grund ist, wie du in deinem Leben willst, dann, äh, oder dass du in deinem Leben halt müllst, du willst Spaß haben, keine Ahnung. Ich würde länger dauern. So, komm. Geschichte noch zum Schluss, damit die Kinder sich auch gut schlafen. Vater betrinkt sich. Flasche geht kaputt, weil er wütend ist. Mutter ist wieder da. Nein. Ah, hier, äh, Kind schmeißt Flasche kaputt, will nichts, Vater rastet aus, Vater nimmt Speer und zack, auf den kleinen Taku, ins Gesicht, verfehlt und über den Bauch geratzt. Ah, das sind gar keine Handschuhe. So, was brauchen wir jetzt? Fürs nächste Mal? Ach, du Scheiße. So, wenn wir wieder da sind, ist Taku ein lebendes Insekten-Nest. Danach platzen sie aus ihm raus und werden uns fressen. Das und noch vieles mehr sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin euer Wolf. Wir sehen uns. Valadoyeris. Euer Wolf. Ready? Aim. Fire. Euer Christian.